Ich komme gerade von der Frühschicht. Du klingst auch so ein bisschen... ...so ein bisschen... Ich bin eigentlich eher entspannt, muss ich sagen. Du bist mehr so Zen. Yes. Das ist gut. Ich hatte ne gute Schicht, war da alles gut. So, jetzt wieder mal... Mal gucken, was haben wir denn hier? Das meiste ist gesperrt. Automatisch feuern, klingt nice. Okay. Wow. Ach, du Scheiße. Okay. Das ist Steuerung... Sowas habe ich das letzte Mal bei Kirby Air Ride erlebt. Du lenkst quasi nur nach... ...links und rechts. Ich kann mein Score twittern. Ja man, das ist ja schön. Achso, der... Okay, jetzt verstehe ich auch, wozu die Bremse gut ist. Ich habe Munition. Ach du Scheiße. Okay, es ist trickiger, als es aussieht. Weil man lenkt wirklich nur nach links und rechts quasi. Und man hat nicht wirklich... ...freie... freie Controls, sag ich mal. Normal size. Ein bisschen tricky ist das. Aber die Musik ist funky. Okay, da ist ein S. Ich möchte das S. Das S ist... Oh, Spreadshot. Oh Gott. Okay. Coin. Huiiii. Einfach im Kreis bringen. Ich habe mir heute neue Wolle gekauft. Hast du nicht noch so viel? N... Nein. Natürlich nicht. Nein. Wie kommt man auf sowas? Kennst du dieses Gefühl? Du hast es, aber du willst mehr davon. Ja. Das habe ich aktuell mit Kratzeis. Oh, lecker, Romeo. Kratzeis ist auch gut. Huiuiui. Alter, mega Spreadshot. More like Shotgun. Das ist einer dieser Games, wo ich mir gedacht habe, Alter, ich wusste gar nicht, dass sie existieren. Habe ich aber auf einmal in meiner Bibliothek gehabt. Hiiii. Hat mir mal wer geschenkt? Das ist ein freundlicher Nachbar. Alter, jetzt. Das ist ein freundlicher Nachbar, von dem du nicht wusste, dass er existiert. Plötzlich steht er vor seiner Haustür und bringt der Kuchen mit. Ja, genau. So in etwa. Jetzt fangen die auch noch an, auf mich zu schießen. Wie unhöflich. Das ist aber nicht nett. Hast du gerade auf? Awoo. Don't Awoo. Don't Awoo? Warum nicht? Penalty 250 Dollars. Alter, so viel hab ich doch gar nicht. Das ist ein eigentliches Bild. Don't Awoo. Penalty 250 Dollars. Don't Awoo? Aber du hast doch auch gerade Awoo. Ich darf das, Moment mal. Das ist nicht legal, Alex. Das kannst du nicht so... Oh, es ist sogar 350 Dollars. So viel hab ich doch gar nicht. Du klausst mir grad damit mein Buddha Brot. Yes. Was? Was ist das denn da jetzt? Hang on. Wenn du Zeit auf Discord zu gucken hast, dann... Ich hab's auch immer nicht komplett. Hä? Jetzt hab ich die ganze Zeit solche Drohnen um mich rum. Und ich glaub ich hab's jetzt... Jetzt hab ich Scheiße gebaut. Fuck. Okay, warte mal. Hat er hier irgendwas mit 5 Münzen? Tatsache, hier. Cool. Ach, das Ding kostet... Ahhhh. Das Ding hat gar kein Leben. Das Ding sieht nämlich im Grunde einfach Scheiße aus. Was? Ich mach so viel Awoo, wie ich möchte. Wieso? Was ist das überhaupt? Was hat das zu bedeuten? Ja, warum machst du's dann? Es ist einfach ein Geräusch. Es ist einfach Awoo. Wenn ich das auf YouTube hochladen, heißt das wahrscheinlich einfach nur Awoo. Wie gesagt, wenn du mal einen Blick auf Discord hast, dann äh... Kannst du einfach ein wunderschönes Schild sehen. Oh, warte, ich kann ja... Ich kann sogar pausieren. Das interessiert mich. Don't Awoo! Alter, aber ich... Wenn... Was ist, wenn du eine Krankheit hast, wo du Awoo machst? Das sind dann die Leute... Wie die Leute, die Tourette zu drohen haben. Die schreien dann einfach und müssen trotzdem zahlen. Die machen einfach nur Awoo, ohne dass sie's wollen und haben dann... Und dann kommt die Polizei und verprügelt dich. Ja, wow, geil. Alter, das Schiff ist scheiße. Das ist halt nur ein Leben. Mein Kleben. Awoo. Awoo. Irgendwo hab ich das doch mal gehört. Fuck, man. Ey, das Schiff ist doof. Du bist doof. Selber doof. Dafür brauch ich 10? Ach du Scheiße. Okay. Awoo. Awoo. Squee! Squee! Ihr habt das gerettet. Wie ist dein Ding? Squee! Squee! Oh, Mann ey. Ich vergesse immer wieder, dass der Bildschirmrand auch tot bedeutet. Ich hab nicht mal ne Ahnung wie teuer dieses Spiel war. Könnte daran liegen, dass ich's bekommen hab irgendwann mal. Was ist das jetzt? Bin ich jetzt Snake? Ja, Tatsache. Wie cool. Nani! Das ist das. Danke für den Bitten. Das heißt, ich ziehe jetzt die ganze Zeit so einen Trail aus was auch immer hinter mir her und das macht dann Dinge. Ich möchte M. Okay, M ist Magnet. Magnet ist cool. I guess. Fuck. Dass man nur begrenzte Munition hat, ist wehtierend. Awoo. Awoo. Ich glaub das Schiff macht auch ständig Awoo. Muss ich ein bisschen Sorg machen, dass das Schiff Awoo macht? Ja, doch. Jetzt halt. Wir machen alle Awoo. Wir merken es nur nie. Sag mal, das ist aber irgendwie funky. Von den Controls her ist es echt weird. Also, fuck. Das Spiel kostet 99 Cent auf Steam. Ja, Mensch. Ist ja ein richtiger Triple-A-Titel. Oh, fuck. Wäre ich jetzt nur nicht so scheiße da drin, wäre das vielleicht nochmal was ganz witziges. Okay, B ist Mega Shotgun, was mega viel Munition frisst und dumm ist. Okay, vormisch dir grad ein Typ, der nennt sich Mischievous Milkshake. Alles klar. Okay. Ich hab' vorstanden. Ein mysteriöser Milkshake. Vielleicht macht er auch Awoo. Alle machen Awoo. Ich hab' sogar ein Awoo Emote. Ich hab' sogar ein Awoo Emote. Oh Gott. Für was hast du eigentlich kein Emote? Äh. Ich hab' mal kurz auf Twitch gehen. Kann ich jedenfalls noch Mod spielen? Awoo. Awoo. Ah! Kannst du diesen kleinen Piss-Biddy fliegen, die dir ständig auf die Hand krabbeln? Ja. Ah! Fuck. Awoo. Genau. Awoo. Okay, das ist aber ja anders. Na ja. Na ja. Wo ist mein... Wo ist mein Awoo? Wo ist mein Awoo? Hier ist mein Awoo. Hier ist mein Awoo. You found your Awoo. Das ist your Awoo? Das heißt sogar so. Muss der jetzt denn auch, der das Emote gemacht hat, jetzt auch 350 bezahlen? Wahrscheinlich. Muss ich ihn mal fragen. Fuck, Mann. Ich hab' aber auch Awoo. Awoo? Awoo. Oh, ein B. Oh, Bounce. It's gotta bounce. Was hab' ich noch alles für Emotes? Viel zu viele. Got a funky bounce to it. Ich kann auch weiterhin deppen, wenn du das möchtest. Das... Als ob ich dich davon abhalten könnte. Nein. See. Oh. Awoo. Hahaha. Gib mir was auch immer das ist. Oh. Das ist ein fucking... Ein Flamethrower. Wie cool. Ein Space-Flamethrower. Fragt mich nicht, wie das funktioniert oder Sinn macht. In einem luftleeren Raum. Was ist so eigentlich, dass jetzt momentan Prime-Mont ist? Ja. Das ist ja nicht zu übersehen auf Twitter. Ja. Nur so nebenbei. NANI! Hab' ich ja auch nichts gegen, nur ich versteh' den Sinn noch nicht so ganz daran. Das ist bei mir wie Muttertag und all sowas. Äh... Es geht eigentlich eher darum, dass die Aufmerksamkeit auch auf die Leute gerichtet werden. Und nicht immer nur negativ dastehen. Denn wenn darüber geredet wird öffentlich, dann sind sie meistens immer nur negativ. Oder es wird dem Positiven kaum Beachtung geschenkt. Deswegen ist jetzt diese Pride-Mont. Ah, okay. Damit endlich mal alles Gute richtig schön dargestellt wird. Nee, weil ich, wenn ich das immer lese, ich lese immer nur irgendwie von wegen, äh, ja, da, dies und jenes, irgendwelche Bilder und hast du nicht gesehen. Und dann denke ich mir immer so, okay, aber warum braucht ihr jetzt einen Monat dafür? Das ist für mich dasselbe Prinzip wie beim Muttertag. Weißt du? Na gut, man muss sagen, jeder hat da aber ne Mutti. Ja. Nicht jeder hat nen Schwulen. Nein, nein, das, darum geht's mir ja gar nicht. Es geht mir nicht, äh, es geht mir einfach darum, dass man für sowas wie ich finde keine gewisse Zeit braucht. Weißt du? Darum geht's mir einfach. Das soll jetzt nicht irgendwie, ne? Ich weiß, ich weiß, wie du das meinst. Weil zum Beispiel, ich find hier Muttertag, Vatertag, find ich total lächerlich und unnötig, weil... Wenn du deinen Eltern was Gutes tun willst, dann tust du's einfach. Und dann, ja, nicht weil mal irgendwer so nen Tag erfunden hat, you know? Darum geht's nicht. Ja, heute ist Muttertag, heute verprügel ich dich mal nicht. Das hast du jetzt gesagt. Fuck. Ich, ich war jetzt nicht so ein Sohn, aber, ey. Nee, jetzt nicht, dass man mir hier denkt, ich, äh, wär irgendwie gegen Schwule oder sowas. Nein, nein. Ich hab halt nur nicht verstanden, warum das so ein Monat sein muss. Weil, ich bin der Meinung, wenn du das sein willst, dann bist du's. Und dann nicht nur ein Monat. So, die... Das hat jetzt auch... Das krieg ich davon immer rüber. Äh, das Ding ist halt auch zusätzlich, ähm... ...dass jetzt auch in Deutschland halt auch die... ...Schwule-Ehe legalisiert worden, deswegen das halt noch was ein bisschen extra-Push kriegt. Ja, na klar. Es gibt für jeden Tag, ähm, Tag, also... Ja, deswegen meine ich ja. Du musst nur mal in die Twitter-Timeline, also in die Trends gucken. Und irgendwie jeder... Ich warte doch wieder auf den Spielbluttag. Jeder Tag ist irgendwie... Irgendwo hat sich mal wer einen Tag ausgedacht und auf einmal ist das ein legaler Tag. Und ich denk mir nur so, weil... Ja, Schneeblow. War das hier Schnitzel- und Blowjob-Tag? War das nicht das? Ja, also... Ich glaub, der war schon im Februar. Schade. Ich glaub, der ist immer im Februar. Und nie krieg ich an dem Tag das, was mir versprochen wird. Nicht mal Schnitzel? Nicht mal Schnitzel. Ha. Weißt du, wie schrecklich das ist? Das ist wie schrecklich. Heute ist ja... Heute ist Weltum... Äh, heute ist ja Umwelttag oder so. Umwelts. Es ist irgendwie jeden Tag, Umweltsag. Ja, ich mein... Schön, wir achten heute mal auf die Umwelt. Morgen schmeiß ich meinen Müll wieder auf den Boden. What the fuck? Ja. What's the point of this? Das sind so Sachen... Ich verstehe diese... Diese Leute nicht, die sich diese Tage ausdenken. Es ist irgendwo so... Ich möchte ja schon nicht sagen pointless, aber ja. Aber auch, wie gesagt, wahrscheinlich auch wieder nur nach dem Motto, äh, Aufmerksamkeit darauf erregen. Ist ja auch richtig so. So. Das auf jeden Fall. Aber ja. So, was kann ich jetzt da reinholen? Aber eins habt ihr vergessen dabei. A-Woo. Don't you a-Woo me? Okay. Du bist in mein Chat gekommen und hast a-Woot, also von daher... Ich a-Woot dich gleich zu Tode hier. Pass auf. Scheiße. Ich werd a-Woot. A-Woo-Mädchen. Klaus, kopier schon. Danke. A-Woo. Moment, ist denn also auch morgen offizieller A-Woo-Tag? Können wir das einfügen? Es gibt keine Grenze. A-Woo. Oh Gott. Weißt du, es sind solche Momente, wo ich mich frage, warum hab ich dich nochmal zum Mod gemacht? Damit ich das machen kann. Good point. Eigentlich ist das hier schon die perfekte Übung für, ähm, für den nächsten 12 Stunden Stream. Auweia. Bist du schon wieder ein? Ja, es ist wieder ein neuer Monat, man glaubt es kaum. Oh shit. Oh shit. Das vergeht immer so schnell. Mhm. Ein halbes Jahr ist schon rum und ich bin immer noch ein arbeitsloses Abfallstück. Ey. Denk mal daran, wenn voll Spaß für ich tatsächlich ist in der Arbeit des Lebens, findest du sowieso. Denk daran, wie scheiße es mir gegen eine lange, lange Zeit. Okay, ich hab nen Panzer freigeschalten oder sowas. Das klingt nicht, ne? Ein Space-Panzer. Gott, wie viele von den Dinger gibt das? Toll, vor mir steht ein Typ namens Jojo-Referenz. Was? Was? Der denkt sich auch noch. Oh wow. Eck. Ich fahr einfach nur in nen fliegenden, schwebenden Klops. Klapsi. Ich hab schon geplant, was du eigentlich gezockt hast. Willst du deinen Dauerstream? Äh, Dauerstream? Also heute jetzt, oder? Also an deinen 12 Stunden. Jaaaa. 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 Ich hab... Ich hab... Awoo. Genau. Awoo, the game. Ich würd's spielen. Ich würd's promoten. Alter, wieso soll ich diese Waffe weggeben? Es ist einfach ein fucking... Laser. Er existiert einfach überall. Er macht einfach Awoo. Außer natürlich sowas hier. Uh, fuckhead. Vor allem... Das ist mir jetzt grad mal aufgefallen. Man blinzelt zwar so aus dem Motto, du hast Invincibility Frames, aber die hast du in Wirklichkeit gar nicht. Hm. Das existieren nicht. Äh... Awoo. Er soll momentan, äh... Spende ich in der Stadt im Spiel permanent Sachen, damit sie ihre Stadt aufbauen kann und ich beschmeiß sie ständig mit Fischen und die bauen Häuser draus. Was the fuck, game? Moment, die bauen Fisch... äh, aus Fischen Häuser? Ja. Ja, prinzipiell ist das so gedacht, äh... Du kannst bei denen, äh... 20.000... So gesehen vom Wert spenden. Nein. Jede Woche. Und ich schmeiß halt einfach nur die ganze Zeit Fische rein, weil... Ich irgendwie viel zu viel Fisch habe und ich schmeiß einfach alles rein und plötzlich bauen sie Häuser. Und ich denk mir, wie macht ihr das mit Fisch? Wie... wie baut ihr mit Fischen Häusern? Mit den Proteinen oder was? Hm. Immer nur das Weiße. Wuh, 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 wuh. Ach, das Ding bouncet einfach nur. Alter, das Ding tut ja gar nix. Das ist ja richtig scheiße. Ja, aber was ich heute noch vorhabe, ähm... Das habe ich damals mal als Let's Shosh gemacht. Äh... Besiege. Kennst du das noch? Oh ja, das Candys habe ich mit Joel erst gesehen. Ja, ich auch. Deswegen habe ich da... so die Inspiration drin gekriegt. Ich habe deswegen wieder auch Bock drauf. Wo er sich ein Waschmeer gebaut hat. Ja! Oder ne fucking... ne Spinne. Und Dr. Robotniks Roboter. Der beste Moment war doch immer noch, wo er sein Cube gebaut hat. CUBE! Hi, I'm Michael from Resource here. What is a Cube? Jetzt wisst ihr auch, woher ich darauf komme mit... CUBE! Ey, ich habe mich fast gepistvoll lacht bei diesem Scheiß-Typ. Ich habe erst... Vor allem, ich saß da immer so zwischendrin und habe mir gedacht so... Alter, wie kann man etwas nur so problematisch bauen? Weißt du, was ich meine? Ja. Er hat viele Sachen einfach problematischer gebaut, als es sein musste. Ja, weil er es ständig aus seiner Art und Weise machen wollte und nicht auf die effiziente Art und Weise. Und als er gesagt hat, komm, ich baue Räder dran, hat er es auch nicht hingekriegt. Er hat natürlich noch an seinen Helikopter, den er aus diesem riesenflachen Teil bauen wollte. Ja. Er hat einfach ganz viele Propeller gebaut in dem Spiel, wusste nicht, was es damit machen soll. Er ist einfach in sich zusammengefallen. Oder Autschi. Nein. Nicht Autschi. Am besten war aber doch Raccoon. Ja, generell wie er versucht hat, Tiere zu bauen in dem Spiel. Er hat besonnen aus seinem Raccoon und dann gegen Ende lag dieses Ding ja nur auf dem Rücken und er meint mir so... Na, willst du die Traube? Willst du die Traube? Ja, ist die Traube. Er hat mit seinen scheiß Traubenfressen in Waschbären gesehen. Okay. Dachte sich auch nur. Awu. Tafan. Sehr schön, ich hab wieder Platz. Ah, der ist mit Fischen vollgestopft. Ich hab immer noch so viel Fisch. 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 Ohne Scheiß. Immer in dieser Werbespot. Yop! Komm, war immer alles tot hier. Ich hab hier grad voll den Run. Ups. Wrong button. Kennst du B-Tazard? Yes! B-Tazard ist eigentlich voll funny. Wie ist er das eigentlich, wenn du, äh, auf YouTube Sachen vorgeschlagen wird und du dich fragst, warum? Oh ja! Dann kriegst du es an und plötzlich wird deine gesamte Timeline nur damit vollgestopft, weil du nur ein einziges Video für fünf Sekunden geguckt hast. Yes! Ich wollte einmal nur wissen, wie die Mausepfanne konstruiert wird und funktioniert. Wer wollte ich nicht wissen? Am nächsten Tag wird mir ein Typ vorgeschlagen, der alle Arten von Mäusepfannen ausmüht. Ich sehe die ganze Zeit irgendwelche tote Ratten vor meinem Bildschirm und denke mir, geil, das habe ich so dringend gebraucht. Das Schlimme ist, ich habe einmal auf so einen Typen geklickt, der hat hier, ähm, super viele Vogelspinnen und all sowas. Ich Idiot habe draufgeklickt. Oh nein. Und auf einmal waren meine ähnlichen Videos voll mit irgendwelchen Vogelspinnen und alles mit Ech und ich so, uh. Why did I click on this? Oh, fuck. Ich verwechsel immer Turbo mit Bremse. Und dann, was danach passiert ist, awoo. Ich weiß nicht, ob du dich noch an dieses Video erinnerst, aber das ist so eine Alte, die so eine Echse hat. Die ist damit die ganze Zeit rumgelaufen. Äh, ich glaube. Und irgendwann ist mit dieser Echse auf der Schulter und da ist sie in so einen Tierfutterladen reingegangen und die Alte so an der Trese guckt sie an. Oh mein Gott, ist das ein Amadello? Is that a chicken? Sie zeigt mir so einen ganz langsamen Flashback, die Unterschiede zwischen einer Eidechse und, äh, ein Amadello. Mit so trauriger Musik. Oh ja, ein Amadello. Mhm. Amadellos sind cool. Einfach zusammenrollen. Hero. Und als Fußball missbraucht werden. Oh Gott. Wie bei, äh, Eldorado. Mhm. Äh. Ist M bei M gut? Ne, M ist scheiße. Ach, momentan habe ich sowieso so eine beschissene Phase, dass ich fast jeden Tag irgendeine Disney-Disney-Film-Musik im Kopf habe. Okay. Gestern war es die ganze Zeit, diese scheiße Intro-Musik von König der Löwen. Aaaaaaah, Syvenia! Die ganze Zeit. Ich hab mich umgedreht bei den Kollegen. Und kommst du voran und ich schreie sie an im EWENKREIS! Okay, alles klar, tschüss. Ist sie wieder gegangen. Im ewigen Reis! Man, ich will diesen einen Megalaser von vorhin noch mal wieder haben, der war toll. Heute hat sich Captain Baloo Intro-Kopp, das war so schlimm. Und seine Kuh. Ey, das war aber auch catchy Musik. Das war vieles von der, beine Güte. I am Suck. Nur Suck. Wie lachen wir eigentlich schon seit knapp zwei Jahren über denselben Witz wie so zwei Schulmädchen? Es ist halt so, ne? Sook is dead Making history Did you build a Holocaust in my amusement park? Ich guck in letzter Zeit zu viel Joel, das ist... Ebenfalls, also jetzt gerade bis hat es wieder Ich hab mir erst wieder Saint Bob Ross angeguckt Welches von beiden? Das allererste Das allererste ist gut, ich find das zweite fast schon besser Ich mochte es ja wirklich wohl mit dieser Mario Paint und diesen N64 Version abhärteten Dann drehte er richtig durch Ja, das war ja Bob Ross The Next Generation Das ist The Next Generation allein schon Seid ernst Meine Güte, warum spiel ich das hier überhaupt noch an sich? Ist das super retarded, aber ich kann einfach mal blöd daher erzählen Awu, muss am Awu liegen Yes, ich hab den Super Laser Ich hab das Laserhorn Und seine Crew Fuck Awu, wu, wu Awu, wu Awu, wu Awu, wu Dieser Laser ist broken Ist nur nichts anderes einsammeln Ist das alles scheiße, oder wie? Ja, aber jetzt hab ich so einen Laser, der vor mir alles zerstört Was versucht cool zu sein und meinen Groove zu zerstören Und jetzt... Du versaust mir meinen Groove Du versaust mir meinen Groove Du versaust mir meinen Groove Bitte verzeiht, sie versauen den königlichen Groove Sorry, man Nein Dieser arme alte Mann, der einfach aus dem Fenster geworfen wird Ich hätt's genauso gemacht Ich mein, ich hasse alte Leute Du anst gar nicht, wie oft meine Chef und ich über dieses scheiß Lied singen Und im Hintergrund schreit einer unserer Kollegen Entschuldigung Entschuldigung Aber wir sehen das ja nicht nur, wir schreien das Durch die ganze Abteilung Ihr ist... Ihr müsst das ja auch richtig machen Ja, besonders auf der Nachtschicht Mal wenn schon keiner da ist, right? Er ist recht, wenn Leute da sind Er ist recht, wenn Leute da sind Awu Das will ich gar nicht Nein, nein, das ist der schlechte Laser Das ist der Laser der Schlechtheit Das ist der Suck Laser Frustbombe No Suck Suck is dead Did you know? Suck is dead Kennst du eigentlich How to Basic? Ja, hab ich damals mal geguckt Weißt du, dass er jetzt sein Face Reveal gemacht hat? Sein was? Face Reveal, wer er wirklich ist Okay Weißt du, wer es ist? Na Michael von Vsauce Vsauce, Michael hier Ja, er hat das wirklich so gemacht Hat sich langsam diesen scheiß Baske abgezogen auf einmal Hi, Michael von Vsauce War er das jetzt wirklich dann, oder? Ja, er war's wirklich! Kein Scheiß Was? Why would he? Er ist How to Basic Ich... Ich weiß es nicht, warum er das gemacht hat Er meinte auch Nur eines Tages Hatte ich Bock einfach Eier durch die gegen zu schmeißen Ich dachte, ich Nicht mehr kannst du auf YouTube Videos krass machen Alleinsch... Alter, der Fakt hat mich grad so was von... Ne? So, was ist das denn jetzt hier? Geil, ein Special Ship Hat drei Bomben Hat drei Bomben Alter, das heißt, wenn ich sterbe, habe ich wieder drei Bomben Okay, ich würde sagen... Warte, wie lange ich das nicht mehr gehört habe, ey Drei Bomben Alter Hast du... Glaubst du, ich habe drei Bomben? Achso, jetzt muss ich nicht mal mehr... Ah Das Autofeuern war deaktiviert Ich dachte, ich habe es aktuell... Ah Ist aber eigentlich scheiße Scheiße Wunder ich nicht Ich bin grad am Basteln und ich verkacke ein bisschen Ich wundere mich generell nicht mehr Bei mir? Nö Bei uns beiden muss man sich das sowieso schon nicht mehr wundern Zu viel Groove Okay, das Ding ist scheiße Äh, warte mal Okay, ich gebe mir nochmal einen Versuch Nur... Meine Güte Beenden Zurück Das Autoballern aus Mann, das ist ja richtig retarded So Auuuu Okay Wer zielen können, wenn schon Auuuu Hallo Hey Keks Oh, hi Keks Ich weiß grad nicht, ob ich mich hassen soll oder lachen soll Du bist ziemlich leise Ah Mano Das hast du jetzt schon wieder gemacht Das Ashley Cosplay Es ist fertig Oh weia Ja dafür solltest du dich hassen, ja Und es sieht gut aus Hasse dich Ja doch da Das ist äh Das ist äh Das ist Hassung Ich glaub da sind uns Alex Äh, sind Alex und ich uns einig Das ist äh Aktivierte Hassung Absolut Und ich trage es gerade Wow Und damit kommst du hier in den Stream Äh, das ist Also... Du hast echt Nerven Ja Ich weiß wo dein Haus wohnt Ich glaube nicht, dass du weißt, wo mein neues Haus wohnt Doch Die Straße weiter Du warst noch nicht bei mir in der neuen Bude drüber Nö, nö, aber ich äh, weiß in ungefähr wo ich suchen muss Das ist mit mir und ich bin gut empfinden Ich bin gut darin, Sachen zu finden, die eigentlich nicht gefunden werden wollen Hm Alex erschnüffelt dich dann Ich hab das auch gerade schon erst mal direkt in die, äh, Rezi-Gruppe reingeworfen Ich so Ich weiß grad nicht, ob ich mich hassen soll dafür Äh, oder ich anfang... Oder anfangen soll zu lachen Eindeutiges Hass Tschüss, tschüss, Awu Awu Tschüss, Awu Ach ja, okay, der Chat sagt heil Hallo Der Chat sagt Awu 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 Aawu Fuck, okay One more try One more try Äh, das, das Spiel hat so ein One more try Äh, Symptom Muss an dem Awu liegen Tut mir leid, sie versauen den königlichen Awu Okay, das zählt nicht, weil Levantes insta-dev, was irgendwo retarded ist So technisch gesehen, Wand ist instant böse Da ist das Awu zu hoch So, das B will ich nicht, B ist doof Die ganzen Upgrades haben hier nur Buchstaben drauf, deswegen Nein, ich hab das B, ich will doch das B gar nicht Das B ist nicht so gut wie das Awu Fuck man Was ist E? Ah, E ist das Okay, gut Enough Awu We have enough Awu today We have Awu